Also einfach nur gewünschlich da drüber fahren eigentlich, aber man muss auf der Strecke bleiben, ja? Okay, also probieren wir es mal. Ah, okay, ja. Okay, also probieren wir es mal. Das ist ja eigentlich ganz witzig, aber irgendwie auch komisch, ne? Ja, man macht sich schon so ein bisschen Gedanken. Ja. Was denn? Ja, dass man da runterfällt. Ja, aber passiert so selten. Da muss ich schon richtig scheiße bauen. Okay, den Drop lass ich mal aus. Okay. Auf geht's. Könnt ihr euch ja den Drop mal angucken. Ja, die Frau ist den übelst gesendet. War das eine Frau? Ja, da passiert nichts. Ja, der fährt auch noch eher wie Anfänger ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. War-Ride. Ich muss nur schüren. Was? Oh, der War-Ride ist cool. Ja. Ach, hier geht es weiter. Jo. Was? Wenn man das jetzt kennt, dann bockt das schon. Ja. Ja. Du bist so. Wann.. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Ich kommst dir zu einem Rad. Ich bin einst schürenes König auf. Ich bin 50,000. Okay. Es wird lustig, oder was? Ja, es ist kompliziert. Scheiße! 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 Das ist der letzte Teil. Jetzt kommt der geilste Teil. Du musst da hier aber mal angucken. Ich hab den auch noch nicht gemacht. Das Dieb ist einfach schon gefahren. Viel zu wenig Geschwindigkeit hier. Oh Gott! Knapp! Ich bin viel zu langsam gewesen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020